Jule, bist du glücklich, wenn er ihn in deine Hand nimmt? Klar. Und was willst du denn noch von David? Ist doch was ganz anderes. Aufblätter! Fertig! Blast! Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre. Aber du bist vierzehn, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Besetzt! Mama, auf! Gib mal deine Hose. Ich wach die aus. Wer ist denn das? Das ist die Neue aus der Nachbarsklasse. Die heißt Romy oder so. Ich left the troubles and freezing behind. Als ich vorhin geschwommen bin, da habe ich was im Wasser gesehen. Es sah wunderschön aus. Ganz so vollgepumpt mit Licht und Wasser. Und als ich es dann hochgeholt habe, da war es so eine einfache Plastiktüte. Stell dir mal vor, so ist es mit einem Schönen. Es ist da. Und dann ist es einfach wieder weg. Glaub ich nicht. Das ist das. Und dann ist es noch eine Schönen. Ich bin der Schönen. Es war so groß. Und dann wäre die Schönen. Hingen die Went-Mass, hatte ich wirklich vor. Ich bin der Schönen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.